Ich bin mit einigen jetzt nicht sehr eng befreundet, aber wenn man es sieht, dann ist das auch immer sehr nett. Das sind zum Beispiel Mütter hier von, also Economist wohnt hier in Green Bay in einer Häusereihe, wo sehr viele andere Spieler noch wohnen. Also Aaron Jones ist sein Nachbar und die Eltern kenne ich oder vielmehr die Mutter. Dann war ja auch sein College-Kollege Dexter Williams, der jetzt leider nicht mehr hier ist, war ja auch hier für zwei Saisons und da war ich auch befreundet mit der Mutter. Das ist aber dann so, dass man sich nicht während des Jahres anruft oder so. Das ist halt nur dann, wenn man sich sieht, dann ist das sehr nett. Man ist zusammen, man macht vielleicht Spiele. Wir haben Spielabende hier damals gemacht und ja, also ansonsten würde ich sagen, kenne ich so wenige Eltern. Man sieht sich dann halt, wenn man im Stadion ist, man sitzt dann neben denen, dann stellt man sich vor, dann kennt man die, dann ist das sehr nett, aber es ist jetzt nicht so, dass man sich mit denen privat oder so trifft oder, also ich zumindest nicht.